It's been a long day, not too long, in a time alone. It's the decision. The top transfer and Bülter, a huge chance! Bülter, Tor! 15. minute, 1-1! Und das Tor! 2-0 Schalke 0-4! Was für ein Kopfball von Bülter! Und das riesen Tor von Bülter! Was ist denn hier los? Ja, der macht's gut! Und Schalke führt! Bülter, der mal abziehen kann, macht er gut hier. Jetzt zieht er nochmal auf, vielleicht ein bisschen viel. Und dann kriegt er ihn rein! Das ist das 3-2. Bülter nimmt das Ding auf den eigenen Deckel. Und Achtung! Und da ist der Bülter vorbei! Wir haben sie dann das aufgelegt, das heißt 4-2. Marius Bülter! Da ist Bülter vorbei an Pfeiffer. Bülter! Und Bülter! Das gibt's doch gar nicht! Da macht er den Fehler mit links! Ein Zusetzen! Superflanke! Und Bülter mit dem Kopf! Und Bülter mit dem Kopf! Einstudiert das Ganze! Marius Bülter gegen Sommer! Tor! Schalke gegen den Kopf! Nichts! Na, Schalke! GBoß! Boa! Bülter! 0 zu 2! 2! Bülter! Ausgleich! Und Tor! Und Schalke hat das 1 zu 1! Es ist gar gewidert und es ist nicht perfekt! Ab Marius Bülter! Also wenn sie es kontern, dann zu zweit. Aber vielleicht reicht das ja Bülter! 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 4-1! Bülter jetzt mal gegen Hanke Olsen. Geht außen vorbei und macht die Führung für Schalke 04! Bülter gegen Zentner! 3-2! Schalke 04 führt in Mainz! Schon wieder! Hinten raus! Brunthal! Was die abreißen! 3-6! 3-4! 2-3! 3-2! 3-4! 4-5! 6-0!